Ich gucke nur den vollen Versuch zu. Die kann ich jetzt an Wren hinzugucken. Ja, war noch. Erst wenn wir sterben, dann kannst du hinzugucken. Ja, wie man einfach direkt gefinisht wird, was ist traurig. Wo ist der Typ hin? Wo ist der Typ hin? Oh, da ist er. Alessandro ist ein hoher Sohn. Dein Vater. Dankeschön. Ja, Mama. Ja, Mama. Mhm. Das ist doch Schild. Mach doch gern loschen, Alter. Was stirbt? Was sauberst du? Ich mach den beste Entkommensaktionen allerseits. Ja, leider stirbst du nie. Haha. Stirb doch einfach. Nein! Was sauberst du? Alle anderen, Mann. Geil los an der. Jetzt hab ich einen neuen. Ich hab wenigstens einen Kill anstatt den, ja. Deswegen haben wir nur noch 50 Stück zu stehen. Um die Träger abgestauben. Was? Ach, der ist denn genau? Ja. Ja. Elf, Digga. Elf. Lass ihn doch. Lass ihn doch. Auf alle Sandboot. Der Mann, der ist. Der Mann, der ist. Der Mann, der ist. Der Mann, der ist. Der Mann, der war. Guck tun nach werden, die guck da neben mir. Ah, haha. statutory sicher ich schrei. Mach 4. Phase 2. Habe einen! Habe einen! Nein! Nein! Jaaa Junge, wir haben meinen epischen schon geholt! Ich bin 90 geholt! Oh ja! Vor mir gab ich einen Mexikaner! Zwei Typen! Ist Todes-Low! Einer ist Todes-Low! Ja, hab ihn! Ich hab verfinicht! Okay! Wir spielen ja wirklich Squads! Wir spielen ja wirklich Squads! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, wo bist du da bist du? Wie viel HP hast du? Drei! Oh mein Gott! Ich hab das Vierer-Squad geholt! Digga, der Skin ist ja überall anders heftig gegangen, Alter! Digga, sobald ich diesen Skin nehme... Alles gut! Los, los, los bei mir! Jaaa, ich wurde in den Rücken geschossen! Hier ist noch einer! Ja, da ist ein Lower und ein anderer! Der belebt den einen, glaube ich! Äh, ganz ohne! Nur noch der richtig Low ist! Genau vor mir! Genau vor mir! Der belebt den anderen! Schieß eine Rakete dahin! Genau da in dem Bild! Jaaa, Junge! Super gemacht! Wieviel Kids? Äh, ich hab sechs! Ich hab sieben! Nice gemacht! Super gemacht! Du behindertes Team! Lukas, du hast die Erlaubnis, um den Team zu wechseln, um den Nauern los zu gehen! Von mir! Ey! Ohne Runterschießen! Ich nehm den Ding Spitzacke! Wieso glaube ich, dass sie an das Camp jetzt... ...anschießen würde? Ich muss ja... Ich tu nur ein No-Scope! Leide! Leide! Guckt euch mein Dopp hier an! Es war ein No-Scope! 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 Das war ein No-Scope! Es war ein No-Scope! Ey, Lukas! Das ist deine Sniper! Digga, wieso? Deine hat ein Vis... Deine hat ein Dings, wie ist die Scheiße? Ja eben, aber dann kill ich euch halt nicht so schnell! Ja, 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 ja! Dann halt nicht, Lukas! Dann kill ich euch öfter! So, wenn du... Wenn du schießt, dann schieß ich auch auf, okay? Oh! Oh! Lukas! Lukas! Lukas, warte ich mein Video-Clip an! Warte mal kurz! Ich könnte ihm so einen neckeren Headshot geben! Get rekt! Warte den dann! Oh, tut mir leid! Oh, hier sind andere Feinde! Oh, tut mir leid! Oh, tut mir leid! Da ist noch irgendwo einer! Haben wir ihn! Ja, hab ich gehört! Oh, da sind noch welche! Ja! Okay, gehen Deckungladd nach! Wo sind sie genau? Oh, ich seh sie! Ich hab kein Bild mehr! Ich hab kein Bild mehr! Ich hab kein Bild mehr! Auf ihn! Ahaha! 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 Oh mein Gott! Wurde der auch Played!